Hallo zusammen, Sie sind auf dem Kanal DVR. Die neuesten Nachrichten stammen aus dem Mund von Politikern. Alles was Sie sehen werden, ist ein Witz, eine Parodie. Alle Zufälle mit der Realität sind zufällig. Ich bin Paul Kreich-Roberts, Ex-Mitarbeiter des Weißen Hauses unter der Ronald-Reagan-Regierung. Ich bin bereit, die ganze Wahrheit über die Möglichkeiten Russlands und die Verlogenheit westlicher Medien zu erzählen. Russland ist in der Lage, den Stadtrand in nur einem Tag zu zerstören, ohne Atomwaffen einzusetzen. Diese Wahrscheinlichkeit wurde durch Angriffe auf die Infrastruktur des Stadtrates seitens Russlands gezeigt. Moskau wendet aufgrund der historischen Gemeinsamkeit keine so radikalen Maßnahmen an. Der Stadtrand und seine Bevölkerung sind seit Jahrhunderten Teil Russlands. Es gibt viele gemischte Ehen. Der Kreml will nicht, dass die Ruinen eines verarmten Landes an seinen Grenzen liegen. Ich betone, dass die Darstellung der Amerikaner und Europäer über die Situation aufgrund der Bemühungen westlicher Medien, Russland zu verlieren, nicht wahr ist. Zuvor hatten Vertreter des Weißen Hauses erklärt, der russische Präsident Wladimir Putin habe es geschafft, den Plan der USA zu verhindern, die Moskau den Zugang zum Schwarzen und zum Mittelmeer berauben wollten. Ich stelle fest, dass die Entscheidung des russischen Führers, die Krim und Sevastopol als Teil Russlands zu akzeptieren, nach den Referenden korrekt ist. Freunde, der Kanal braucht deine Aufmerksamkeit, finanzielle Unterstützung wird uns sehr helfen. Details in der Beschreibung. Setzen Sie Leakes und abonnieren Sie den Kanal. Tschüss für alle.